So Jungs, wir sind auf Sendung. Moin Freunde des Heavy Rocks, wir sind Blind Man's Gun aus Hamburg. Da drüben ist Dirk am Bass. Moin. Sebastian an der Gitarre. Moin. Hane am Schlag, zwei, drei. Ja und Dine am Gesang und leider ist unser Hopper verhindert, der schippert nämlich gerade irgendwo in Südamerika rum. Und deshalb kann er hier nicht dabei sein. Nichtsdestotrotz wollen wir eine Ankündigung machen und zwar kommt unsere neue CD raus und wird jetzt demnächst in diesem Theater, Termin wird doch bekannt gegeben, auf sämtlichen Downloadportalen downloadbar sein. Also Leute, downloaden, 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 bis die Hütte brennt. Ohne Ende. Ja, macht uns wenigstens so reich, dass wir uns ein Bier kaufen können. Ja, das ist es eigentlich schon. Oh, da hinten geht das Licht schon aus. Das ist geworden, wir brauchen Geld für den Strom. Genau, wir brauchen Geld für den Strom. Auf alle Fälle freuen wir uns da sehr drüber und die CD wird Heldorado heißen, damit ihr Bescheid wisst. Also Blind Man's Gun. Weitere Informationen findet ihr dann unter Facebook.com, Blind Man's Gun oder auf unserer Homepage blindmansgun.com. Ja, wir sitzen natürlich nicht nur so, wir proben gleich für unseren nächsten Auftritt am 4. Mai. Wo ist unser Auftritt, Basti? Im Knust. Im Knust. In Hamburg. In Hamburg, genau. Deutschland. Emagenza Festival, allen bekannt. Kommt reichlich, gebt eure Stimmen ab, hört euch die Musik an, rockt mit uns und gebt uns so viele Stimmen, dass wir weiterkommen. Und wir wollen ja noch weiter spielen in der Marktwattel um 20 Uhr, das ist das Wichtigste. Wir spielen um 20 Uhr und hier Kreuzchen bei Blind Man's Gun machen, ne? Also, bis dahin rocken wir für euch weiter und freuen uns. Tschüss. Tschüssi. See you next. Time. Time. 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7